Wir sind unterbrochen worden, bzw. die Festplatte war voll und ich höre immer noch was. Vielen Dank. Was soll denn das? Ach, da komme ich gar nicht mehr hoch. Komme ich denn hier nochmal hoch? Ah, okay, das war der Witz. War er das wirklich? War er das wirklich? da unten war ja mal nix und hier liegt schrot munition wie das war es jetzt ich sehe da unten noch ein speicherkristall ok runter wie komme ich jetzt am besten einigermaßen sicher hier unter so jetzt müsste gleich der schatten hier oben ankommen da ja das geht auch zwei auch noch das ist unfair und dort und 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 Ah, okay. So, jetzt haben wir hier erstmal Ruhe. Da ist ein Speicherkristall. Und da will ich hin. Da komme ich nicht hoch. Ah, hier ist es sehr dunkel. Scheint auch nichts zu sein. Hier ist es auch dunkel. Scheint ebenfalls nichts zu sein. Hm, wie komme ich denn da hin? Ich kapiere es nicht. Da hoch. Da komme ich doch her. Warum sollte ich denn denn erst nach unten gegangen sein? Ja. 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 Na gut, immerhin kommen wir wieder zurück. Ähm. Au. Da kann man speichern. Komme ich da hin? Ja, es geht. Wow. Jep. Und tschüss. Ja. Ja. Ja.